Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir haben wieder ein Special Kit für euch und zwar geht es diesmal rund um das Thema Ostern. Das Osterkit ist ab sofort im Shop erhältlich. Ich zeige euch jetzt, was in dem kleinen Kit, was in dem großen Kit drin ist und was mein Design-Team und unser Gastdesigner Sascha daraus gebastelt haben. Ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei. Beginnen wir wieder mit dem kleinen Kit, das auf 10 Karten ausgelegt ist. Es enthält 10 Kartenrohlinge von DIN A6 Doppelkarten in weiß sowie die dazu passenden Umschläge. Dazu gibt es das Paper Pad Celebrate Easter von Echo Park mit 24 doppelseitig bedruckten Papieren sowie den 12x12 Inch großen Stickerbogen der gleichen Kollektion. Hinzu kommt dann noch das Stempelset Heavy Easter von LeFont. Das große Kit enthält wie gewohnt alles vom kleinen Kit, allerdings mit 20 Karten in Umschlägen. Hinzu kommt dann noch der passende Cardstock aus der Celebrate Easter Kollektion. Das sind 6 Bögen in 12x12 Inch, also auch in 6 verschiedenen Farben, wie ihr an der Packung sehen könnt. Außerdem gibt es die Stanzschablone Happy Easter von XCut, ein Embossing-Folder mit Ostereiern und das Stempelset Easter Funnies von CC Designs. Ich zeige euch jetzt, was unser Design-Team und unser Gastdesigner Sascha aus dem Kit gebastelt haben und ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei. Bis dann! Tschüss! 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Das Kit könnt ihr ab sofort bei uns im Shop kaufen, natürlich nur solange der Vorrat reicht. Ich würde mich freuen, wenn ihr etwas daraus bastelt und es mir auch zeigen würdet, nämlich einfach mit Hashtag Kreativbund oder auf unserer Facebook Seite. Und wir sehen uns Donnerstag wieder zu einem neuen Video. Bis dahin wünsche ich euch ganz viel Spaß und eine kreative Zeit. Tschüss!